Science-Fiction oder Realität? Seit geraumer Zeit brettert das selbstfahrende Auto durch die Medien. Dabei werden viele Halbwahrheiten postuliert und Träumereien in den Himmel der Fantasie gepinselt. Bei unserem heutigen Experten-Talk, der aufgrund der Location, wir befinden uns hier auf dem schönen Burgberg in Bad Harzburg, auch Expertengipfel heißen könnte, wollen wir das Thema fundiert untersuchen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Markus Wilsdorf. Er kennt sich mit dem Thema aus. Sein Technologie-Startup FDTEC beschäftigt sich mit dem autonomen Fahren. Herzlich willkommen Markus, ich freue mich auf das Gespräch. Besten Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unsere Diskussion. Vielleicht erst mal zum Warm-up Markus. FDTEC, stellt euch ein bisschen vor. Wer seid ihr, was macht ihr und was zeichnet euch besonders aus? Ja, wir sind ein Technologieunternehmen, ganz klar. Wir sind fünf Gründer und wir haben das gemeinsam im Jahr 2017 aus der Taufe gehoben. Und wir sind natürlich auch erfahrene Leute im Bereich Fahrerassistenz. Das heißt, lange Jahre schon in diesem Themenfeld unterwegs. Und unsere Mission erst mal ganz klar, wir wollen vernetzte und autonome Mobilität für jedermann. Und wir als FDTEC wollen ein Treiber dieser Technologie sein. Und wir haben früh begonnen, auch in München und in Wolfsburg Standorte zu etablieren. Und heute sind wir bereits 50 Technologieexperten bei uns im Unternehmen. Das klingt sehr spannend, sehr überzeugend. Und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum sich der größte Autobauer der Welt, nämlich die Volkswagen AG, bei euch mit einer Minderheitsbeteiligung engagiert. Wie kam es dazu und was motiviert VW zu so einem Schritt? Dazu muss man vielleicht nochmal auf den Beginn schauen. Wir sind von Beginn an als Spezialist im Themenfeld der System-, Funktions- und Softwareentwicklung im Bereich autonomes Fahren unterwegs. Parallel dazu schauen wir natürlich auch auf essentielle Prozesse wie das Thema Validierungskonzepte und Absicherung, aber auch Prozesse wie das Thema Automotive Spice. Mit euch von E.ON Co. sind wir da von Beginn an als starker Partner bereits im Markt unterwegs und konnten von Beginn an auch bei renommierten Kunden gemeinsam Projekte besetzen. Und so ein Unternehmen mit solchen Mitarbeitern, mit der Historie und Expertise ist natürlich sehr rar am Markt. Und weiterhin haben wir natürlich ein Setup im Unternehmen mit klarem Technologiefokus und der hohen Dynamik. Und so kamen wir recht früh auch mit Volkswagen in Gespräche zu gemeinsamen Projekten, aber auch einer Beteiligung. Ja, wir bei E.ON Co. beschäftigen uns auch mit dem autonomen Fahren und den neuen Formen der Mobilität, mehr von der Geschäftsmodell- und von der Businessmodell-Seite aus. Insofern, die Zusammenarbeit mit FD Tech in den vergangenen Monaten war immer sehr fruchtbar und ihr seid ein perfekter Match auch für diese Themen. Aber nun zum eigentlichen Thema. Wann wird das selbstfahrende Auto Realität? Wie weit sind wir von der Serienreife entfernt? Ich denke, diese spannende Frage bewegt sehr viele. Und hier ein realistisches Bild zu liefern, ist aufgrund der Komplexität nicht ganz so einfach. Schauen wir zunächst vielleicht erst mal auf das Thema mögliche Einsatzszenarien. Beginnen wir mit dedizierten Einsatzgebieten wie Parkhäusern, Flughäfen, aber auch zum Beispiel Industriegebieten. So werden wir hier erste Einsätze bereits in den nächsten ein bis zwei Jahren schon im Markt sehen. Erste Testanwendungen, wo wir auch zum Teil mitgewirkt haben, sehen wir bereits heute. Schauen wir auf komplexere Situationen wie Innenstädte, aber auch Überland, haben wir natürlich deutlich komplexere Herausforderungen. Wir haben mehr Verkehrsteilnehmer, unterschiedliche Verkehrsteilnehmer, unterschiedliche Geschwindigkeiten, aber auch das Thema Technologie spielt hier eine zentrale Rolle. Zum Beispiel das Thema intelligente Verkehrsleitsysteme oder auch der Mobilfunkstandard sind hier eher noch stark im Auf- und Ausbau. Daher wird es hier eher ein stufenweises Vorgehen geben und der Markteinsatz, komplett flächendeckend, ist nicht so greifbar. Jedoch erste Anwendungen bereits in den nächsten zwei bis drei Jahren trotzdem zu verzeichnen. Wie man sieht, autonomes Fahren überall, so schnell wird es noch nicht geben. Dennoch nehme ich wahr, dass die Industrieteilnehmer unterschiedliche Konzepte verfolgen. Auf der einen Seite die klassischen Automobilbauer, die versuchen, ihre Fahrzeugplattformen mit immer intelligenteren und immer mehr Wahrnehmungssensoren auszustatten, immer mehr Rechenpower ins Auto zu bringen, die Algorithmen zu verbessern und so den aktuellen Stand der Technik, also das sogenannte Level 2 Fahrerassistenzsysteme, Schritt für Schritt und evolutionär hin zu einem vollautonomen Fahrzeug Level 4 oder Level 5 zu entwickeln. Auf der anderen Seite sehen wir Firmen wie Waymo, eine Tochter von Google, die einen anderen Weg geht, die diese Stritte überspringen will und direkt vollautonome Systeme gemeinsam mit ihren Fahrzeugpartnern, wie zum Beispiel Fiat Chrysler oder Volvo, auf die Straße bringen will. Wie müssen wir diese Konzepte einschätzen? Welches Konzept wird am Ende das erfolgreichere sein? Ich denke, du sprichst einen wichtigen Aspekt an, die Geschäftsmodelle dahinter. Google und Waymo, aber auch Uber verfolgen natürlich einen anderen Ansatz. Sie sind Service- und Mobilitätsanbieter. Das heißt, sie verkaufen keine Fahrzeuge an den Endkunden. Daher sind hier deutlich höhere System- und Einzelkosten auch realisierbar. Das heißt, Technologie kann viel früher in die Fahrzeuge auch eingebracht werden. Daher wird es hier bereits erste Anwendungen in konkreten Einsatzgebieten, wie zum Beispiel Städten oder auch konkreten lokalen Gebieten, sehr frühzeitig in den nächsten ein bis zwei Jahren geben. Schauen wir jedoch auf die Perspektive des Endkunden. Ist das Thema Systempreis und Kosten natürlich viel sensibler. Kein Kunde möchte immens viel Geld für so eine Technologie ausgeben. Und daher wird es hier eher einen evolutionären Ansatz geben, wo wir stufenweise vorgehen werden und Funktionen und auch Nutzungsgebiete Schritt für Schritt in den Markt bringen. Das heißt, grundsätzlich muss man sagen, beide Ansätze haben ihre Daseinsberechtigung und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber die spannende Frage ist, wie weit die Mobilitätsdienstleistungen auch in den Privatmarkt eindringen werden und wie sich der Kuchen dann verteilt. Also ich denke, das ist genau der Punkt. Wir sehen eigentlich bei ihr und Co., dass die großen Autohersteller hier was hinsichtlich der Service ist und hinsichtlich dieses Mobility, also Service, noch nicht genug tun, um diese neuen Chancen des autonomen Fahrens zu nutzen. Letztendlich wird es so sein, da sind wir fest davon überzeugt, autonomes Fahren und die damit zusammenhängende und untrennbar verbundene Vernetzung der Fahrzeuge untereinander oder auch in die sogenannte Cloud, wird die Mobilitätsindustrie revolutionieren in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wir nennen das bei ihr und Co. Incarnation und sind dabei, ein sehr spannendes Buch zu diesem Thema in Kürze zu veröffentlichen. Kann ich nur empfehlen. Da muss ich also noch sehr viel tun, damit nicht die Automobilfirmen letztendlich zur Hardware-Lieferanten der großen Technologie-Giganten von der amerikanischen Westküste werden. In meiner Perspektive tun jedoch schon die traditionellen Hersteller sehr, sehr viel in diesem Bereich. Sie haben einen immensen Schatz an Erfahrung, solche Systeme ins Fahrzeug und damit auch in Serie zu bringen. Das zeichnet sie natürlich aus. Weiterhin sind sie auch im Themenfeld Mobility as a Service nicht ganz untätig. Sie beteiligen sich an verschiedenen Firmen oder haben auch Tochterunternehmen. Zurück zur Technologie. Wo liegen für dich die großen Herausforderungen, um ein autonomes Fahrzeug auf die Straße zu bringen? Ein wesentlicher Aspekt sind natürlich die sehr komplexen und umfangreichen Validierungs- und Absicherungsprozesse. Um hier vielleicht mal ein realistisches Bild zu malen, wir müssen mehrere Millionen Kilometer im realen Straßenbetrieb mit solchen Fahrzeugen erproben und wir müssen ein zigfaches davon auch natürlich in der virtuellen Welt, das heißt in der Simulation, bestreiten und hier nachweisen, dass die Fahrzeuge besser als der Mensch sind. In der Vergangenheit war es so, die ganz klassischen Hersteller und auch Zulieferer haben immer Einzelsysteme entwickelt und auch getestet. Das heißt, ein Kamerasystem wurde entwickelt und auch für sich geschlossen abgesichert. Ein Radarsystem wurde entwickelt mit gewissen Funktionen und für sich geschlossen abgesichert. Wir brauchen heute ein durchgängiges System, was alle Sensoren, wir reden bis zu 20 Sensoren beim autonomen Fahrzeug, miteinander vernetzt und auch in der Absicherung verbindet. Diese Durchgängigkeit der Technologie und auch der Absicherung ist ein zentrales Mittel. Hier sind wir als FD-Tech ganz klar Experte und haben dort auch einen starken Schwerpunkt in unserem Geschäftsfeld. Was wir noch sehen aus E&Co ist auch der organisatorische Aspekt. Im gesamten Entwicklungsverbund zwischen den Autofirmen und ihren Zulieferern muss sich massiv etwas ändern. Letztendlich ist autonomes Fahren eine Spielart der künstlichen Intelligenz und damit letztendlich Softwareentwicklung. Und Software kann die Autobranche immer noch nicht, auch wenn sie 25 Jahre jetzt schon übt. Sie sind immer noch zu stark auf die Hardware fixiert. Sie sind zu langsam in den Zyklen, zu wenig agil. Sie holen sich das Kundenfeedback, kommt viel zu spät. Hier muss sich massiv etwas ändern, damit man hier gut aufgestellt ist. Ja, Hans-Peter, wenn nicht ihr, ihr seid doch dafür die Experten. Wir bei FD-Tech konzentrieren uns auf die Technologie und helfen damit auch der Industrie hauptsächlich diese Themen voranzubringen. Daneben gibt es weitere große Herausforderungen im gesamten Umfeld, im gesamten gesellschaftlichen Umfeld. Wir haben politische Weichenstellungen, die wir treffen müssen. Es sind Haftungsfragen zu regeln im Versicherungsbereich. Ethische Fragen kommen auf einmal auf, die man so vorher nicht hatte. Und letztendlich geht es natürlich auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung. Denn letztendlich werden wir über Jahre und Jahrzehnte ein Nebeneinander von autonomen und nicht autonomen Fahrzeugen auf der Straße sehen. Und das muss erstmal orchestriert und verstanden werden und die Akzeptanz dafür auch aktiv von der Gesellschaft angenommen und gewonnen werden. Also ein Riesenspielfeld. Ich bin sehr froh, dass wir so ein starkes Team sind, um dieses Spielfeld bespielen zu können und freue mich auf weitere gemeinsame Projekte. Ich denke auch, viele Weichen sind gestellt. Und wir müssen es gemeinsam auch schaffen, hier den Anschluss zu halten und auch das Thema aktiv mitzugestalten. Von daher, Hans-Peter, ich denke, es gibt noch viel zu tun. Und ja, Markus, vielen Dank für diese spannenden Insights. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Und was meinst du, bis hier ein autonomes Fahrzeug den Berg drauf kommt, das wird noch ein bisschen dauern, oder, Markus? Nicht unbedingt. Für die Sensortechnik ist das kein großes Problem hier. Ich glaube, wir müssen nur schauen, dass die digitale Karte stimmt. Okay, das stimmt, ja. Drum stehende Waldtiere werden ja auch heute schon von den Sensoren ziemlich zuverlässig erkannt und identifiziert. Ja, hier schon. Noch Kängurus machen ein Problem. Die bewegen sich leider andererseits, die Algorithmen jetzt gelernt haben. Okay. Und dann. Ich glaube, wir müssen sich daher die ener Bizimそれでは inhalieren. �